Ja, moin moin und Metall, meine lieben Freunde. Heute lesen wir uns mal den Blog Nummer 29 durch, den unser lieber Freund heute ins Internet gestellt hat. Und dann sprechen wir mal darüber, wie realistisch diese Ideen sind, die er dort formuliert. Bevor wir anfangen, will ich euch nochmal einen Kanal vorstellen, und zwar vom Traumdancer. Er ist Stimmenimitator und macht ein paar echt coole Videos, zum Beispiel das hier, was ich euch mal kurz einblenden werde. Aber wir Hater, als wir noch ganz klein waren, wir haben da was anderes mitgemacht. Wenn man sie aufspaltet, diese Früchte, kann man daraus Mettklößchen machen. Ist das bescheuert, oder was? Dann haben wir dann dem Rainer immer in den Nacken gesteckt. Warum? Aber, ja warum, damit er nicht spetteln gehen tut, natürlich, ne? Also ich find sowas absolut geil, wenn man sowas kann. Und geht da gerne mal drauf, schaut euch die Videos an und lasst auch gerne mal ein Like und ein Abo bei ihm da. Lohnt sich auf jeden Fall. So, und jetzt legen wir los mit dem Blog. Zitat Metall-Leute, Servus und Willkommen beim Drachen im Blog. Vielleicht sollte ich mir für die Überschrift was anderes als Tag ausdenken, oder? Jemand, der neu hier dabei ist, versteht nicht, dass der Tag nicht bedeutet, dass es Tag für Tag ist, sondern dass es Ausgabe 29 oder so ist. Naja, ich überleg mir was. Ihr seid bestimmt hier und lest, weil euch interessiert, was los ist und was heute abgeht, oder? Nun, fangen wir damit an, dass ich seit heute wieder auf der Straße bin. Das Geld fehlt mal wieder. Ich weiß, dass es viele Leute ärgert, dass ich es immer anspreche, aber das sind normal die traurigen Tatsachen. Ich lebe auf der Straße, wenn ich nicht genug Geld für eine Unterkunft habe, weil ich keine Wohnung bekomme. Und da hake ich dann gleich mal ein, denn du bekommst Wohnung, Reini. Du willst doch keine haben. Das haben wir ja gestern auch schon besprochen. Das Problem ist dein Wunsch nach Freiheit ohne festen Wohnsitz, also der Wunsch nach mal einem Auto und mit dem dann halt mobil zu sein und damit halt in Deutschland umher zu reisen und halt nicht diese ausgedachte Begründung, dass du keine Wohnung bekommst. Ganz wichtiger Unterschied. Okay, und weiter geht's. Zitat Ja, und da muss ich nochmal intervenieren. Nein, diese Aussage, dass du es schon so oft riskiert hast, ist natürlich absolut gelogen. Mona ist von dir genervt gewesen und wollte mit dir nicht mehr zusammen sein. Sie hat garantiert nicht gesagt, ach Rainer, eigentlich bist du ja mein Traummann, aber weil es die Hater gibt, muss ich dich jetzt nur verlassen. Nein, Rainer, das redest du dir vielleicht ein, aber das ist natürlich ganz und gar nicht der Fall gewesen. Aber das ist ja auch wieder typisch für dich. Sobald es ein Problem gibt, für das man selber verantwortlich ist, schiebt unser Rainer es dann wieder auf die Hater, damit er halt fein raus ist. Für mich ist diese Aussage, dass er es ja schon oft genug riskiert hat, halt eine glatte Lüge. Zitat Welche Optionen also gibt es? Die einzige Option, die für mich realistisch halte, ist entweder ich gehe für immer ins Ausland, was ich aber aktuell nicht kann, oder ich versuche mich so wenig wie möglich angreifbar zu machen, was meine Unterkunft betrifft. Das ist die Option, für die ich mich entschieden habe. Der Nachteil daran ist, ohne Führerschein ist es aktuell fast nicht umsetzbar, denn selbst wenn ich einen normalen Stream mache, bin ich so auffällig und so langsam, um einer akuten Bedrohung durch Hater aus dem Weg zu gehen. Zitat Ende Hier auch nochmal. Rainer, deine beiden möglichen Optionen sind doch nicht Ausland oder keine Unterkunft. Da fehlt doch die realistische Option von allen überhaupt, um dein Leben zu verbessern. Und zwar Lohnarbeit und Rückzug aus der Öffentlichkeit. Wie man halt so stur nur seinen Wunsch des Social Media Influencers leben kann und halt nicht sieht, dass nebenan dieser Weg lang läuft, außerhalb seiner eigenen Route, auf der Ruhe und Frieden liegt. Halt keine paar tausend Euro fürs Nichtstun, so wie er es sich ja immer jetzt nur noch bei seinem YouTube-Kanal damals gemacht hat und sich ja auch für seine Zukunft vorstellt, aber eine sehr viel friedlichere Route. Tja, aber die Scheuklappen sind mal wieder so eng geschnallt, dass er es nicht sehen möchte. Lesen wir mal weiter. Sie wählt denn, bitteschön. Bei einem Auto, was du dir dann halt kaufen willst, kannst du alleine 20 Euro pro Tag schon mal zurücklegen, was du dann in Zukunft in Reparaturen stecken kannst, innerhalb des nächsten Jahres nach dem Kauf. Und woher kommt das Benzin? Aus den Wolken getropft? Nee, Rainer, das musst du zahlen. Wenn ich da an deine Tour mit dem Ford Blue denke, dann hast du fast täglich getankt damals. Dazu, wie gesagt, noch Steuern, Versicherungen und und und. Und du meinst, du willst von im Schnitt 100 Euro am Tag im Moment dann nur noch auf 20 Euro am Tag kommen? Die 20 Euro verfährst du doch locker schon an Benzin. Wovon willst du denn essen und trinken? Und die anderen Kosten, die ich aufgeführt habe, sind ja auch noch nicht drin. Also wie gesagt, absolut utopische Vorstellung, die er da hat. Meiner Meinung nach kann ich jetzt schon so sagen, davon wird in der Realität nachher nichts passen. So, und nochmal der letzte Teil. Zitat So, kommen wir zum Punkt. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich eine Art Spendeling, Sponsoring oder andere Möglichkeiten hinbekomme, um an die 1400 Euro für den Führerschein zu kommen und dann vielleicht nochmal 1000 Euro für ein Auto und dann brauche ich für die vier Wochen auch nochmal grob 2000 bis 3000 Euro, um mich bis zum Führerschein und Kauf vom Auto über Wasser zu halten. Die Sache ist die, ich will nichts auf der Welt geschenkt, wollte ich nie. Ich will für das arbeiten, was ich verdiene. Nur gibt es da das Problem, das mir vorgeworfen wird, dass das, was ich mache, und zwar Menschen unterhalten, keine Arbeit ist. Ich würde gerne neue Formate für euch produzieren. Ich würde gerne für euch vernünftigen Content veröffentlichen. Allerdings ist sowas auch alleine und ohne Geld meist gar nicht möglich. Und da sind wir schon wieder in einem Teufelskreis. Ich kann meine IBA nicht angeben, weil ich sonst Ärger bekomme. Ich kann keinen Paypal verwenden, weil es aufgrund von Hatern gesperrt ist. Ich kann keinen YouTube mehr machen, aus demselben Grund. Ich verdiene auf TikTok zu wenig, um damit groß was anfangen zu können. Was genau will ich also von euch? Wenn ihr eine Idee habt, wie ich besseren Content mit möglichst wenig finanziellen Aufwand produzieren kann, der mich auch nicht in Gefahr bringt, was Hater und Kritiker angeht, dann teilt mir das bitte in den Kommentaren mit. PS, folgt dem Blog, um Kommentare schreiben zu können und immer auf dem Laufenden zu sein. Euer Drache. Zitatende. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Natürlich ist anderer Content möglich, Rainer. Das ist wieder so eine faule Ausrede. Bestes Beispiel doch von dem Gast, der aus Österreich kam, letztens in einem Stream. Der hat dir ja vorgeschlagen, wenn du in Städten wie Berlin bist, dann mach doch halt dich vorher über irgendwelche Sachen schlau, zum Beispiel über Sehenswürdigkeiten, und dann erklärst du den Zuschauern zum Beispiel was über das Brandenburger Tor. Das wolltest du aber nicht. Und da sind wir wieder beim Knackpunkt, denn das würde halt Arbeit und Vorbereitung benötigen von dir. Kein Geld, wie du es hier schreibst. Wikipedia und andere Infoseiten kannst du mit deinem normalen Handyvertrag auch so aufrufen. Da fallen keine zusätzlichen Kosten für dich an. Aber das willst du halt nicht, weil das für dich halt zu viel Arbeit ist. Von daher ist es halt wieder meiner Meinung nach einfach dummes Gefasel. Aber irgendwie auch schön, dass es sonst doch immer heißt, ja das, was ich im Moment mit Laber-Streams mache, ist doch auch ordentlicher Content. Und nun ist ihm dann doch klar geworden, dass anderer Content gebraucht wird, nachdem das über Monate von jedem gesagt wurde. Ach und Rainer, du kannst keinen YouTube mehr machen, weil du gegen die Richtlinien dort verstoßen hast. Nicht, weil dir irgendjemand anderes das kaputt gemacht hat. Das war ganz allein mal wieder dein Fehler. Im Grunde können wir also zusammenfassen, Rainer möchte 1400 Euro für den Führerschein, 1000 Euro für das Auto und 3000 Euro, um bis dahin durchzuhalten. Also eine klitzekleine Spende von 5400 Euro. Kann doch sicher jeder so einfach aus dem Ärmel schütteln, oder was sagt ihr? Oder müssen wir alle dafür eigentlich arbeiten gehen? Nur unser Rainer möchte das halt ohne Gegenleistung bekommen. Kann man sich alles wirklich nicht mehr vorstellen, ehrlich. Dieses, ja, ich brauche halt 5400 Euro, ich probiere jetzt, wie ich das mit Spenden und sowas hinbekomme, ist auch irgendwie sowas, wo man halt wieder daran sieht, wie wenig Rainer versteht, wie viel Wert das ist, was er da fordert. Das ist für viele Leute in Deutschland vermutlich das Geld, was sie netto für drei Monate wahrscheinlich brauchen. Und halt dafür auch drei Monate arbeiten gehen müssen. Und Rainer möchte das halt als milde Gabe, so ohne Gegenleistung mal gerade zugesteckt bekommen. Wobei, sorry, er will ja dafür jetzt arbeiten, wie er sagt. Also nicht arbeiten im Sinne, wie wir arbeiten definieren, sondern mit seinem anderen Content auf seinen Social-Media-Kanälen. Es wird einfach nicht besser. Naja gut, das soll es dann für dieses Video auch wieder gewesen sein. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Und für heute Abend hat er, glaube ich, noch einen Livestream angekündigt. Mal gucken, ob es da was zu besprechen gibt. Dann sprechen wir da morgen nochmal drüber. Ansonsten sage ich euch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Genießt noch den letzten Feiertag. Und bis zum nächsten Video sage ich, Meddle auf, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal.